so hallo zusammen herzlich willkommen zu unserer inzwischen sechsten folge unserer kleinen video reihe über das budapester gambit im schach und heute wollen wir uns in der sechsten folge mit der sogenannten alljährchen verteidigung beschäftigen weil ich sehe da oben eine überschrift ist ein leerzeichen zu viel aber wir wollen ja schon das war schon ordentlich aussehen hier also zwischen folge 6 und dem doppelpunkt sieht die deutsche rechtschreibung keinen kein leerzeichen vor dahinter schon hinter dem doppelpunkt schon vor dem doppelpunkt aber nicht so punkt ist weg ich bin da die variante oder auch bauern variante genannt entsteht in der budapester verteidigung nach den zügen fangen wir von vorne an d4 springer f6 c4 e5 dass das budapester gambit schlägt springer g4 eigentlich ist das jetzt hier auch erst das budapester gambit denn wenn der springer nach e4 zieht heißt das ganze anders heißt das verjahrovic gambit kann simon williams nicht aussprechen wahrscheinlich auch nicht schreiben weil es das unmögliches wort ist so nach springer g4 das budapester gambit und wir haben uns in den letzten folgen in den letzten beiden folgen mit den naheliegenden zügen springer f3 die springer oder auch adler variante läufer f4 die läufer oder auch rubinstein variante genannt beschäftigt und heute beschäftigen wir uns mit der nach alexander aljechin einem der größten schachspieler aller zeiten überhaupt also gibt ja nicht gibt ja nicht viele schachspieler oder welche stellt man ja auf eine stufe damit bobby fischer möglicherweise magnus carlson aber dafür ist er noch zu jung das wird das wird die zeit erst noch zeigen die hall of fame aber bobby fischer garry kasparov und dann fällt mir schon als nächstes alexander aljechin und raul capablanca ein so und nicht dass dann lange nichts kommt aber das sind dann schon mal welche da müssen die anderen sich schon anstrengen mit dazu zu kommen alexander aljechin 1892 bis 1946 muss ich auch nochmal nachgucken und einer der unbestrittesten weltmeister seiner zeit überhaupt einer auch der spieler schon ist ja schon weit hinher der dessen verlustpartien man wirklich suchen muss gut nach ihm und auch so eine größe hat sich wohl mal mit dem mit dem budapester gambit beschäftigt und kam dann wann auch immer ich glaube das war auch das weiß man sogar irgendwie in den 1920er jahren auf die idee e4 zu spielen also statt mit springer oder läufer oder oder bauer f2 e4 oder dame d4 d5 diesen hier markierten weißen bauen auf e5 zu decken denn der ist ja vom springer g4 ja angegriffen kam aljechin oder zumindest nach ihm benannt auf die idee einfach mit e4 entwicklungszug zu machen an den bauern den den zweiten e bauern eigentlich den eigentlichen e bauern das hier war ja mal ein d bauer der kann man von d2 d4 schlagen nach e5 einfach mal den eigentlichen e bauern nach e4 zu ziehen und den gambit bauern gleich im nächsten zug wieder her zu geben e4 öffnet ist nicht einfach irgendeinen bauernzug oder entwicklungszug oder tempos der zentrums zug sondern einer mit tempo denn er greift ja gleichzeitig den springer auf g4 an von der dame aus gesehen so jetzt brauche ich erst mal schluck kaffee damit der hals nicht rau wird schon nach zwei minuten und ich ans hüßeln kommen da wäre ganz schlecht zunächst mal es gibt ja bei so was bei der bei bei eröffnung schacheröffnung und der wahl nimmt man das ins repertoire auf und nimmt man das als überraschungswaffe oder spielt man das regelmäßig ist das das primäre die primäre eröffnungswahl gegen d4 oder was auch immer immer eine theoretische betrachtungsweise ohne praktische die theoretische heißt deswegen theoretisch weil man sich da dann jetzt losgelöst von praktischen oder vielleicht auch psychologischen erwägungen mit der reinen schachlichkeit auf dem brett beschäftigt nach jetzt schon grund genommen schon fast wissenschaftlichen methoden in der schachtheorie wie analysiert die schachtheorie wie 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 steht sie zu varianten inzwischen natürlich auch sehr stark mit engine unterstützung aber auch ohne und das zweite ist die praktikabilität also welche bedeutung hat eine eröffnung variante in der praxis allein schon was die verteilung angeht ja und auch was die mögliche zu erwartende häufigkeit von von zügen in im eigenen jetzt persönlichen spielerischen umfeld angeht weil unser eins spielt ja zum beispiel online online schachspielern online amateur spieler spielt ja gegen andere gegner als zum beispiel ein großmeister oder auch wenn wir mal bei der gleichen spielstärke bleiben ein vereinsspieler mit einem 1700er rating nur als beispiel anzusehen der spielt auch gegen andere gegner als ein online spieler mit einem 1700er rating was schon daran liegt dass der online spieler fasziniert dass einer partien einen anderen gegner hat dem einmal begegnet in seinem leben und dann nie wieder während wenn einer im verein spielt dann sind die ist die er gibt es genügend gegner gegen die er spielt gegen die er auch noch einmal in seinem leben spielt aber es gibt eben auch eine ganze menge gegen die man immer wieder mal spielt oder die einen zumindest kennen bevor man gegen ihn spielt ich sage nur vereinsmeisterschaften also wenn einer ausgefallene eröffnungs eröffnungen spielt damit hat er womöglich in seiner eigenen vereinsmeisterschaften problem weil seine vereinskameraden ja genau wissen was er spielt und deswegen ist jemand der der sei mal die budapest das budapester gambit im so hat so ein level von 1700 1600 1800 rating und will das over the board regelmäßig spielen da muss der mehr damit rechnen dass gegner sich auf ihn einstellen und eben sich vor einer partie mal was angucken als das im online schacht der fall ist weil da weiß man ja meistens erst noch nicht mal also erst eine sekunde nachdem die partie angefangen hat gegen wen überhaupt spielt so und da jetzt mal hier zur häufigkeit dieser alliechen und dieser bauern variante habe ich mal wieder ein bisschen die statistik befragt und im meisterschach meisterschach heißt mega mega database von chessbase die berühmten inzwischen rund zehn millionen partien aus dem 15 jahrhundert bis heute die allerdings auch nicht vollständig ist wie ich ja auch im zuge dieser videoserie hier schon festgestellt habe da kommt diese variante die wir uns heute angucken in rund zehn prozent aller budapester partien vor also in dieser stellung hier ziehen neun von zehn spielern was anderes die meisten spielen springer f3 oder läufer f4 ganz überwiegend dann ist das hier das muss heute angucken ist die immerhin die dritthäufigste also mit zehn prozent die dritthäufigste fortsetzung im amateurschach ist es noch ein bisschen weniger ist es auch die dritthäufigste aber da wird springer f3 und läufer f4 noch häufiger gespielt da kommt dieses e4 hier auf sieben prozent also noch knapp unter zehn prozent und amateurschach damit meine ich amateur online schach und da ist meine datenbasis eine datenbank aus dem november des letzten jahres und da ich ja nicht weiß wann dieses video irgendwann noch mal in ferner zukunft auf mars auf mond wo auch immer geguckt wird november letzten jahres heißt november 2022 habe ich die alle auf dem schachportal liches gespielten partien knapp 90 90 millionen in worten 90 millionen runtergeladen und bearbeitet und ausgewertet zu diesem zwecke das ist deswegen ist das sehr dankbar mit auf dem liches portal weil die dort einfach in einer datei vorliegen sehr einfach zum herunterladen allerdings nicht einfach zum weiter bearbeiten also es hat eine riesig große zip datei und auch wenn man die end zippt also für für nicht für nicht nerds sie ist komprimiert aber wenn man sie dekomprimiert ist sie noch viel größer und man hat schon etwas schwierigkeiten sie mit den üblichen werkzeugen zu bearbeiten aber das geht die daten werden auch zur verfügung gestellt das ist auf anderen portalen auch auf test.com nicht so möglich ich kenne zumindest keinen keinen klick wo man sich einfach alle in einem monat gespielten partien runterladen kann vermutlich weil das noch viel mehr als 90 millionen sind auf test.com wahrscheinlich 3400 und dann wird es auch der festplatte schwierig aber das ist ja das ist die empirische materialbasis wenn ich von amateurschach online schach rede gut das heißt e4 kommt nicht so oft vor ist der eine punkt der zweite punkt ist aber wenn es vorkommt meine vermutung also nicht im meisterschach da wissen die meisterspieler sowieso alles was sie spielen aber im amateur und online schach und das ist ja durchaus die zielgruppe hier auf meiner videos kann man davon ausgehen wenn jemand e4 spielt dann kennt das wahrscheinlich also die zehn prozent die hier e4 spielen die kennt es vermutlich zumindest ein bisschen während viele von den leuten von den speisspielern die hier springer f3 spielen oder die hier läufer f4 spielen die können das auch spielen ohne es zu kennen weil das sind ja züge die die sind ja nahezu selbstverständlich oder sie lachen eines zumindest als natürliche züge an ja auch wenn man diese zug folge hier in seinem leben als weiß spieler noch nicht auf dem brett hatte schwarz spielt e5 und sagt sich naja ich schlag mal weg ja und springer zieht nach g4 dann ist ja die idee mit weiß diesen bauern jetzt zu decken und das geht ja mit figuren am einfachsten so oder so ja die ist ja ausgesprochen naheliegend das hier ist ja ich will nicht sagen ausgesprochen nicht naheliegend aber es ist nicht so naheliegend man gibt ja ein bauern her dem man eigentlich wenn man von der eröffnung nichts kennt als weiß spieler ohne not zunächst mal hätte verteidigen können deswegen mein 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 hinweis oder ja mein tipp nicht also eigentlich nur ein hinweis wenn euch das jetzt mit schwarz als budapest spieler als budapesti wie simon williams so schön sagt begegnet diese allierchen variante dann erst schon mal obacht weil dann könnt ihr unterstellen dass der gegner sich ein bisschen besser in der eröffnung auskennt als es vielleicht üblicherweise zu erwarten ist wenn man mit schwarzes budapest der gambit spielt ja nicht dass du trotz muss ja was tun und es gibt hier in der stellung jetzt drei fortsetzungen also nicht nur die total quasi auf der hand liegende naheliegend ja gut dann schlage ich den halt sondern noch zwei andere und aber mehr als drei gibt es auch nicht also ernsthafte sage ich jetzt mal legion der lappen hier und sozusagen unser unser community freund der fände wahrscheinlich ist auch noch irgendwas anderes was 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 noch nicht vielleicht springer h6 was noch keiner gespielt hat oder lassen wir mal den finger voll und zwar muss ja tatsächlich etwas passieren jetzt dass in erster linie dieser drohung begegnet weil es droht jetzt die dame von der eins aus den springer auf g4 zu schlagen ja und eine sehr aggressiv aussehende budapesti style erscheinende fortsetzung ist d6 die gambit variante da mache ich mal ein fragwürdigkeitszeichen dahinter eigentlich müssen wir noch gleich ein fragezeichen dahinter machen ihr habt in den insbesondere in den beiden letzten folgen aber auch auch in der in der in der bauern variante mit f2 f4 schon gesehen dass es stellungssituationen gibt im budapester gambit in den schwarz tatsächlich auf die rückeroberung des bauern e5 verzichtet oder verzichten muss und im echten gambit spiel gambit stil fortsetzen muss entweder durch d6 wie hier oder auch durch f7 f6 den e5 bauern abtauscht und damit halt mit einem bauern weniger tatsächlich ein gambit spielt weil es nicht jedes gambit das so heißt ne monschein so daten gambit oder schlag mich tot gambit ist wirklich eins manche sind ja auch schein gambits in denen es zumindest der gegnerischen seite nicht gut ansteht den gambit bauer halten zu wollen das damen gambit ist so ein klassiker das angenommene damen gambit ist ja kein gambit in dem schwarz ernsthafte anstalten macht den gambit bauern zu halten wenn er das tun tatsächlich wenn er das versucht steht da steht da steht da schlechter bis hin zu kann er gleich kann er gleich einsacken beim budapester gambit ist es ja so dass es durchaus sehr viele varianten gibt in denen schwarz den bauern zurückbekommt und eigentlich gar nicht so viele in denen es wirklich als gambit weitergeht hier ist es gambit mit der brechstange und es ist nicht gut ja also das ist keine gute idee und ich zeige euch auch warum weiß schlägt ja in aller seelen ruhe und schwarz schlägt mit dem läufer zurück jetzt ist natürlich schon durch die sieben die sechs wurde ja diese diagonale geöffnet und damit der springer auf g4 gedeckt wo jetzt kann man zum beispiel mit weiß läufer e2 spielen und den nochmal angreifen den springer und hier gibt es eine ja berühmte aber jedenfalls klassische partie zwischen zwei ganz großen ihres fachs nämlich capablanca ich will gerade kurz wie hieß er mit vornamen luiz capablanca glaube ich also nicht casablanca wie die stadt sondern capablanca auch neben aliechin also einer der 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 giganten der hall of fame der hier mit weiß gespielt hat und tartakova also einer auch ein schachgigant aber nicht auf dem level von aliechin und capablanca stufe dahinter der aber durch sein eigenwilliges spiel vor allen dingen auch bekannt geworden ist und durch seine durch seine namenerfindung ja also der hat der war sehr fantasiebegab was namen angeht für schacheröffnungen und für für schachliche themen von dem kommen auch so dinge wie die orang utan eröffnung b2 b4 die namen orang utan das sind so sachen die hat er erfunden die hat tartakova in die welt gebracht der hat eine ganze menge zitate hinter hinterlassen aber er war eben auch ein großartiger spieler und hier hat er es gut mit schwarz gegen capablanca auf diese sehr exotische gambit geschichte versucht und hat hier sogar dann noch versucht mit f5 fortzusetzen und das ist wie es dann schon nach wenigen zügen klar wird kokolores in der partie hat capablanca erst geschlagen dame i7 das ist die idee man will schwarz will auf der offenen e linie hier irgendwas machen fesselt jetzt erstmal den läufer e2 und hier hat capablanca jetzt mit springer f3 fortgesetzt also ruhig in aller seelen ruhe danach kurz weg ruchiert und hatte schlichtweg bauern mehr jetzt hat er sogar noch das weiß wer noch zwei bauern mehr aber das ding ist ja kind des todes aber danach behält er einfach bequem ein mehr bauern und schwarz weiß eigentlich nicht warum entwicklungsvorteil kompensation für den bauern in dieser art das gambit zu spielen hat er nicht das ist kokolores aber capablanca warum er das nicht gemacht hat sei mal dahingestellt er hätte das hier noch viel aggressiver spielen können was er bestimmt gesehen hat aber vielleicht gedacht auch komme ich einfach mal den bauern ich spiele einfach sozusagen die kunst der vereinfachung das hier ist im grunde genommen noch viel niederschmetternder für diese ganze variante c5 denn c5 denkt man ja moment mal opfer doch das steht doch ein ich habe doch schlagen aber c5 nimmt diesen bauern von c4 weg logisch der zieht 1 vor nach c5 und damit wird diese reihe frei und das bedeutet ich meine der der läufer hier ist ja angegriffen der muss ja was tun und wenn er das naheliegende tut nämlich hier schlagen dann gibt es hier schach da mal a4 schach dem muss man ja begegnen irgendwie ist egal wie und dann schlägt man hier so und jetzt hat weiße figur mehr schwarz ja ist besser entwickelt aber es ist nicht wirklich zu erkennen ob das jetzt also beim gambit redmann von einem bauern aber hier immer von der figur plus bauern so wie ich gerade aber bleiben auch bei der figur gehen wir davon aus dass der dass der zusätzliche bauer hier besonders der e5 dann irgendwann tatsächlich auch von schwarz zurück gewonnen wird kein problem aber es ist eine figur und so richtig kompensation also gegen sagen wir so gegen kapablanca schon mal erst recht nicht aber ich glaube auch gegen etwas gesagt gegen kapablanca mutter auch nicht wenn sie schach konnte weil ich nicht also das geht nicht das kann man nicht spielen so dass man im grunde genommen nach diesem d6 zug hier diesem gambit zug e schlägt d6 läufer schlägt d6 läufer e2 im grunde genommen schon gezwungen ist statt dieses wilden tachter koffer tachter koffer experiment ist ich bin ja immer für f bauen zu haben aber hier was anderes zu spielen und sein heil bereits jetzt in einem endspiel zu suchen dass man eigentlich wirklich nicht freiwillig spielt und zwar ob es nicht so mit läufer b4 schach darauf hoffend das weiß läufer d2 dazwischen zieht da kann ich nach c5 wieder zurück hier kann man ja jetzt nicht sofort nach c5 um hier unten auf f2 was zu drohen weil da würde ja weiß erst einmal hier und die damen tauschen einfach hier schlagen also die damen weg und dann vielleicht springer h3 spielen und ja er hat weiterhin mehr bauern und ohne die damen ist das mit einem mit einem angriff nicht so richtig wirkungsvoll deswegen dieser trick mit zuerst läufer b4 schach so wenn dann jetzt weiß den läufer dazwischen zieht dann würde läufer c5 gehen weil jetzt steht ja der läufer d2 hier der dame im weg so und wenn dann jetzt moment mal moritex das geht doch gar nicht geht da auch eine figur verloren damit läufer schlägt g4 ja da kann aber dame h4 spielen und es ist schon was anderes ob die dame droht auf f2 reinzuschlagen oder nur ein läufer oder nur springer deswegen damit bauer g3 dame schlägt g4 dame schlägt g4 läufer schlägt g4 auch jetzt hat weißen mehr bauern und schwarz hat aber dafür das läuferpaar und ja schon noch auch entwicklungs vorsprung ich würde es nicht gerne spielen also ich würde mich auf sowas mit schwarz nicht sehenden augen einlassen sagen ja das ist jetzt meine eröffnungswahl die engine bewertung sagt ja das könnte ausgeglichen sein die sagt nicht das ist remi ich glaube nicht dass das remi endet aber ausgeglichen dass also schwarz eine gewisse kompensation für den bauern hat aber je länger so eine partie hier so eine stellung dann weiter voranschreitet und wenn es schwarz nicht schnell gelingt diese kompensation in etwas handfesteres umzusetzen nämlich möglichst den bauern wieder zurück zu gewinnen wird es immer mehr zum 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 vorteil von weiß über über kippen aber das ist noch die günstigste methode um hier nach läufer b4 in so in ein endspiel zu kommen in dem vielleicht schwarz noch chemie chancen hat wenn aber schwarz weiß springer d2 spiel statt läufer d2 da sieht die sache schon anders aus weil jetzt jetzt hängt der springer auf g4 wirklich ne und dann wenn man jetzt läufer c5 spielt läufer schlägt g4 dame h4 dann gibt es nämlich dieses schöne dame a4 schach springer c6 läufer schlägt c8 dame schlägt f2 könig d1 turm schlägt c8 und jetzt wichtig dame b3 und schwarz kommt nicht weiter und schwarz ist jetzt eine figur weniger und wenn der dame b3 zum einen um hier unten was zu drohen zum anderen aber auch um die dame wieder hier rüber zu bringen wohin auch immer ja zum beispiel für den fall dass jetzt schwarz hier auf g2 schlägt dame f3 spielen zu können und die den den turm auf h1 zu decken das tut es nicht auch da hat jetzt weiß einfach eine figur mehr springer d2 springer f6 um die figur nicht herzugeben ja ist auch nicht schön also jetzt hat weiß mehr bauen und schwarz nicht wirklich eine art von kompensation zu der man sagen kann ja hat jetzt was mehr also entwicklung oder ein spiel also ich glaube nicht also ich sage von dieser hier gambit variante d7 d6 die finger lassen also ehrlich gesagt habe ich auch keinen gefunden der gesagt hat dass das tolle idee ist ja also auch ja so moskalenko in seinem buch gibt ihm relativ also gibt die mehr platz als was vielleicht müsste bringt auch die ganze die ganze capablanca gegen taktakova partie von 1928 war das und ich glaube noch ein zwei andere ja kann man machen schaut ja nichts so ein buch ist ja geduldig aber eigentlich ist dieses gambit d7 d6 nicht nur fragwürdig sondern schlecht und man sollte die finger davon lassen so kommen wir zu den alternativen den seriöseren alternativen und die seriöseste alternative von allen ist ja einfach den bauern zu schlagen weil ich meine das ist auf jeden fall die konsequenteste man hat ja hier nach d4 schlägt e5 natürlich muss man den an dem muss man den springer f6 ziehen weil er ist ja angegriffen ja und naja mit g4 zieht man nicht nur irgendwo hin sondern man bedroht direkt in e5 und vielleicht irgendwann mal mit unterstützung von dem läufer c5 und einer dame h4 ein bisschen f2 aber die haupt drohung geht ja hierhin naja und wenn jetzt weiß sagt komm ich spiele e4 dann ist das schlagen oder das durchführen der haupt drohung das schlagen auf e5 ja mindestens das konsequenteste mindestens das konsequenteste da fällt mir ein ich habe den ventilator gar nicht angemacht und es ist jetzt gerade sommer und es wird klar ist es wird immer ein bisschen wärmer hier vielleicht unter dem kopfhörer ich mache den ventilator an ich hoffe man hört ihn dann nicht das hat jetzt ein bisschen gedauert weil da sagt noch mal einer schachspieler sind intelligente menschen der stand falsch rum das hat jetzt echt zehn sekunden gedauert bis ich gemerkt habe warum der knopf den ich für den startknopf hielt warum der nicht funktionierte weil das war gar nicht der startkopf das gerät schon verhalten schon es war ein anderer knopf na gut sei es drum springer e5 ist jedenfalls der richtige der richtige springer der den bauern schlägt so und jetzt kommt die idee die all jäschchen mit dieser bauern variante hatte das heißt nämlich deswegen auch bauern variante nicht nur weil der bauer von e2 nach e4 zieht sondern auch weil der da bauer von f2 nach f4 zieht das heißt der springer e5 kriegt gleich wieder tritt ja der kriegt gleich wieder tritt und na gut das hat natürlich was also auf die idee muss man doch erst mal kommen zu sagen kommt ich halte den bauern gar nicht sondern ich spiele e4 und f4 war es nicht ohne vor allen dingen also wenn man es nicht kennt mit schwarz wenn man damit überrascht wird wenn man das sozusagen sich mit der alljährigen variante nie beschäftigt hat dann kommt jetzt vielleicht ins grübeln aber so das grübeln ist lässt sich aber sehr schnell kanalisieren auf zwei grübeleien denn der springer muss ziehen also hier geht es nicht darum irgendwie zu opfern oder sonst etwas und auch hier solche aktivitäten sind also völlig banane wegen wegen g2 g3 der springer muss ziehen und es gibt ja nur zwei felder er kann nach g6 ziehen und er kann nach c6 ziehen und da sind sich auch die herren williams und martin ja das ist nicht so einig weiß ich jetzt auch nicht also simon williams und enro martin sind die beiden theoretiker schachmeister von denen es jeweils aus unterschiedlichen jahren eine dvd zum budapester gambit gibt das habe ich in der folge eins dieser serie habe ich die beiden dvds ausführlich vorgestellt und besprochen und wer sowieso noch nicht so richtig weiß was wir hier eigentlich gerade machen der soll spätestens jetzt mal in die folge eins zurückspringen und danach dann die restlichen zwei bis jetzt hier sechs durchaus in unterschiedlicher reihenfolge kann er sich hier angucken weil es dann jeweils um konkrete varianten geht aber die folge eins gibt halt den überblick über das ganze thema budapester gambit ja wenn ich mich recht entsinne aber es ist ja schon ein paar wochen und monate her seit ich mir die angeguckt habe die dvds ist glaube ich enro martin eher ein freund von dem zug den den ihr hier seht den springer nach c6 zu ziehen aber ich glaube ohne große begründung und simon williams ja auch er aber ich habe noch in erinnerung dass er mein ja das andere hier springer g6 wirkt etwas aggressiver weil man ja zumindest irgendwie ein bisschen was angreift und damit ist auch da ist auch was dran natürlich ist der gedeckt ja aber der springer auf g6 und dann mit der variante fangen wir mal an verbleibt einerseits jetzt am königsflügel für den fall dass schwarz kurz ruchiert ist ja auch nicht verkehrt wenn man noch ein springer in der nähe um sich herum hat und ja also ergreift hat schon f4 an tut das schon was das heißt angriff heißt der musste auch gedeckt bleiben so oder anders ja auf der anderen seite ist der springer auf g6 auch exponierter als auf c6 weil hier auf g6 kann er ja mit f4 f5 auch wiederum getreten werden ja sagt jetzt wieder der springer ja aber wenn ich so getreten werde dann könnte ich ja wunderbar wieder nach e5 zurück und dann ständig da ja bombig das heißt f4 f5 dieser vorstoß ist nur spielbar für weiß wenn er vorher verhindert hat dass der springer von g6 nach e5 wieder zurück jumpt so gesehen hat eben auch springer g6 seine seine daseinsberechtigung und seine seine auswirkungen die dann doch anders sind als wenn der springer nach c6 zurückzieht lustigerweise hat das ganze so ein bisschen was von der alliechen verteidigung aber die hat der herr alliechen ja erfunden aus der sicht von schwarz damit meine ich was meint der herr moritex mit den alliechen verteidigung e4 springer f6 das ist die sogenannte alliechen verteidigung die deswegen so heißt weil der alliechen die erfunden hat wird heute auf großmeister ebene oder super großmeister ebene wüsste ich gar nicht wann ich zuletzt gesehen habe ich gucke auch nicht so viel aber man darf schon sagen dass die alliechen verteidigung nicht überholt ist aber sie wird halt bei auf super großmeister ebene sehr wenig gespielt und die idee ist eine aus der hyper modernen schachschule deswegen hätte sie auch von nimzevic sein können die erfindung aber wahrscheinlich mal der alliechen schneller und da hat sich der nimzevic der aron nimzevic wahrscheinlich damals gedacht dann erfinde ich wenigstens die nimzevic verteidigung nur mit dem springer nach c6 da erfinde ich wenigstens das das ist ja noch hyper moderner das ist ja das berühmte dark night system wie ich es nenne aber bleiben wir mal bei der alliechen verteidigung springer f6 da ist die idee genau wie bei der bei der nimzevic verteidigung auch schwarz will zieht nicht zunächst auch bauern ins zentrum sondern greift die gegnerischen bauern mit figuren an lockt sie quasi nach vorne um dann das provozierte weiße bauern zentrum im anschluss nicht zu verhindern sondern es sich entstehen zu lassen und es im anschluss anzugreifen was zum beispiel passiert wenn der vorzieht wenn der hier entzieht dann gibt es tatsächlich so was noch mal treten das kann so weitergehen kann aber auch noch mal treten kann man auch kann man auch wieder wieder zurück das heißt weiße bauern stoßen vor und dann schwarzspringer hoppelt durchs gelände und und ihm passiert nichts also dass das funktioniert schon ja aber muss halt daran glauben dass man damit schwarz die dann vorgerückten weißen bauern gut angreifen kann also zum beispiel dann irgendwie mit 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 d6 entscheidend abtauschen kann oder was auch immer und so ein bisschen erinnert einen das doch hier in der aliechin variante des budapester gambits auch dran oder nicht also mich jedenfalls hat das ein bisschen daran erinnert und das lustige ist halt dass hier dass diese variante hier von aliechin für weiß erfunden wurde während die aliechin verteidigung von von demselbigen herrn für schwarz erfunden wurde man kann also wenn man ein großer meister ist der der über seine zeit hinaus und nach seinem tod noch berühmt ist für sein spiel für beide seiten tolle sachen erfinden hier gibt es jetzt oder habe ich mich jetzt mal beschränkt auf zwei fortsetzungen auch aus der praxis heraus glaube ich dass einer von beiden zügen kommen wird und zwar entweder wenn weiß sich gelassen weiterentwickeln und sagt naja mal gucken dann wird er wahrscheinlich springen f3 spielen wenn er noch ein bisschen intensiver aufs brett kommt und sagt was eigentlich immer hier mit weil f2 f4 entblößt ja immer diese diagonale weil der bauer auf f2 da nicht mehr steht und auch wenn er sagt läufer c5 will ich eigentlich nicht zulassen dann wird er wahrscheinlich läufer e3 spielen vielleicht fangen wir mal mit läufer e3 an was macht schwarz jetzt wie so oft im budapester gambit man muss ja dann irgendwann oder sollte frühzeitig entscheiden was man mit diesem läufer macht damit der läufer möglichst schnell das feld f8 verlässt erstens weil entwicklung eines läufers ist immer gut zweitens aber damit der könig aus der mitte möglichst schnell auch in die kurze rochade verschwinden kann der ist jetzt hier noch nicht ernsthaft bedroht aber vorsichtig ist die mutter der porzellan kiste ne es ist auch schon ganz gut wenn er wenn er weiß wo 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 sein bett aufgestellt ist und wo er eigentlich hin will und wenn läufer c5 nicht möglich ist das ist ja hier jetzt nicht möglich weil der weißfällige läufer das ja verhindert ja dann zieht man halt ein feld weiter bis nach b4 und gibt das ganze noch mit schach macht das also mit tempo hier springer d2 ist zu erwarten ist zu erwarten weil erstens läufer d2 wieder zurück während tempo verlust zum anderen bis ein bisschen hängt oder erhöht dass die hängegefahr für den bauern f4 weil der der deckt den ja gar nicht mehr der ist ja jetzt gefesselt der läufer die zwei klar man kann jetzt nicht schlagen weil es ja der weg das ist schon richtig aber so nächster zug dann hier irgendwie das motiv mit dame e7 da wird es ja schon unangenehmer und außerdem will man den läufer den weißen läufer nicht zweimal ziehen und das hier wird sich wahrscheinlich auch wenn sich die meisten weiß spieler verkneifen und ich würde dann auch schon fast die empfehlung abgeben so ein angebot schlägt man nicht aus sondern schlägt den springer raus quasi den springer und das angebot ausschlagen und das läuferpaar opfern oder das läuferpaar hergeben mit schwarz aber weiß diese bauernstellung verpassen und damit schwarz gucken dass man irgendwie das mittelspiel übersteht ins endspiel kommt und dann auf diese schlechte bauernstellung spielt und tatsächlich dann auch gewinn chancen hat mit mit schwarz wird es aber nicht zu kommen weil auf laufer wie vier werden dann wirklich die meisten spieler das muss man nicht da müssen sie nicht mal theoriekenntnisse haben sondern dass das sehen ist wahrscheinlich ein zug für den man sich am brett entscheidet springer d2 spiel war es schwarz d6 und dann können beide seiten erstmal natürliche entwicklungszüge machen wie gesagt so was hier scheitert immer an der springer steht auf e5 wieder bombig deswegen erst springer f3 springer c6 auch jetzt springer steht wieder bombig kann doch schlecht geschlagen werden steht der andere springer bombig dass das also nicht aber es kann trotzdem weitergehen und zwar vermutlich mit g3 also vermutlich heißt in der praxis vermutlich mit mit g3 eine theorie sowieso weil irgendwie sage ich jetzt mal läufer e2 oder läufer d3 das steht der weißfeldige läufer irgendwie im weg also die vielen zitierung und dann läufer hier rüber zu bringen das ist irgendwie nicht nur irgendwie sondern auch von der von der theorie her das erfolgsversprechendere für weiß jetzt steigt schwarz mal mit e7 hier auf den auch auf den bauern e4 drauf denn wie gesagt der springer ist ja auch gefesselt genauso wie es der läufer eben gewesen wäre also das heißt e4 ist nicht gedeckt aber es kann damit damit sie zwei schön nachholen jetzt ist ja e4 gedeckt mal kurz gucken hier ja alles gut und ja schwarz ruchiert läufer g2 läufer g4 schwarz hat sich entwickelt weiß hat sich entwickelt weiß hat einen raumvorteil im zentrum überhaupt keine frage aber weiß hat auch löcher das ein bisschen das auch ja da sind auch löcher entstanden aber das ist jetzt das ist okay für also für weiß sowieso aber für schwarz auch was mir an der stellung jetzt nicht gefällt man könnte sagen so weit so gut alles prima aber was mir an der stellung nicht gefällt schwarz wird gezwungen sein früher oder später den läufer nach c5 zu ziehen früher oder später oder oder zum beispiel jetzt jetzt a3 und wenn schwarz jetzt hier nicht tauschen will das läuferpaar hier geben will was dann wirklich auch keine gute idee wäre weil er keine kompensation dafür hat dann wird er ja läufer c5 spielen und es ist zwar von der theorie nicht der der beste zug jetzt für weiß läufer schlägt c5 aber ich finde es ist mit der unangenehmste für schwarz warum naja abtausch erleichtert zunächst mal kann man sagen das spiel für für schwarz aber die bauernstellung die berühmte ne der moritex haut sich ja immer mit der bauernstellung hier grün und blau die ist jetzt von einer art das schwarzen problem hat also lösen muss wenn er das nicht gelöst bekommt dann unschön damit meine ich das jetzt weiß die die man mir öfter zugucken die kennen das schon weil das auch in anderen öffnungen ich sage nur spanische abtausch variante vorkommt weiß hat hier am damen flügel und tschuldigung am königs flügel eine gesunde mehrheit vier gegen drei kein doppelbauer kein gar nichts keine zur splitterung das ist eine gesunde vier gegen drei bauern mehrheit in einem reinen bauern endspiel wäre weiß in der lage am königs flügel sich einen freibauern zu machen dann gibt es die offene d linie und die trennt den damen und den königs flügel wirklich wie ein fluss zwei ufer voneinander trennt und am anderen ufer am ufer damen flügel hat schwarz mit vier gegen drei aber eine ungesunde bauern mehrheit diese wegen dieses doppelbauen hier ist in einem reinen bauern endspiel schwarz nicht in der lage aus eigener kraft hier einen freibauern zu bilden und das ist ein erheblicher nachteil je mehr es aufs endspiel zugeht das heißt schwarz muss jetzt nicht nur das mittelspiel überstehen überleben wäre zu dramatisch also ich sehe jetzt hier keine großen angriffspunkte für für weiß die jetzt schon im mittelspiel schwarz vor schwer oder gar nicht lösbare probleme stellen aber wenn das dann jetzt durch mittelspiel geht und schwarz die angriffe von weiß abwehrt je mehr es dann ins endspiel hineingeht und je mehr zum beispiel die offene d linie türme getauscht werden umso mehr nähert es sich dann einem endspiel an in dem schwarz zumindest nicht bis ins bauern endspiel gehen darf weil das reine bauern endspiel ist vermutlich verloren und ich habe im anderen kontext in diesen in diesen tagen mich mit der spanischen abtausch variante beschäftigt die viel früher im partie verlauf zu einem prinzipiell ähnlichen ergebnis kommt nämlich für weiß eine eine wie hier vorteilhafte bauernstellung durch gesunde bauernmehrheit am königsflügel versus ungesunde bauernmehrheit des gegners am damenflügel nun ist aber in der spanischen abtausch variante hat dann schwarz zumindest ein bisschen als ausgleich das läuferpaar das hatte hier auch noch nicht einmal das wurde ja läufer gegen läufer getauscht und nicht läufer gegen springer also das ist das was mir eigentlich nicht gefällt wenn weiß das nicht tut wenn weiß sagt nein ich will irgendwie was weiß ich was das hier behalten aber wie wir das behalten ich meine muss ja auf c5 schon fast schlagen das müsste jetzt ja damit b3 spieler springer f1 oder sonst was aber da darf ich nicht hoffen als schwachspieler und dieses die jetzt hier entstehende und lang wirkende bauern struktur die gefällt mir nicht würde ich würde ich ungern anstreben sagen wir so wie sind wir da hingekommen wir sind dahin gekommen über ob es nicht hierüber sondern ein bisschen früher noch eine f4 springer springer g na so rumklicken springer g6 läufer e3 läufer b4 springer d2 d6 springer gf3 natürliche entwicklungszüge springer c6 und jetzt g3 dame e7 damit c2 hochradeläufer g2 g4 und ob jetzt oder einen zug später das ist eigentlich egal also das könnte weiß auch noch was könnte theoretisch auch noch kurz kopieren vielleicht aber macht keinen großen unterschied aber ich würde jetzt schon in jetzt a3 spielen mit weiß damit eben es nicht noch einen zusätzlichen druck gegen gegen e4 gibt eventuell durch turm f e8 oder durch turm a e8 ja wenn jetzt statt läufer e3 hier also statt jetzt dem hier weiß das hier spielt dann auch läufer b4 schach denke ich mal also auch läufer c5 wenn der springer nicht mehr auf g4 steht nicht ganz so wirkungsvoll oder so die reihenfolge läufer b4 schach läufer d2 dame e7 das hier ist ja eher nicht so gut ne schach und dann kann man tatsächlich auf b2 auch fressen weil das hier löst das problem ja nicht ne schlägt schlägt und jetzt auf einmal gucken wir an wenn 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 der läufer nicht mehr da ist und auch die dame weiße dame auch nicht mehr da ist dann hängt f4 ja wirklich und dann dann tut der springer von g6 aus was also es ist jetzt nicht so völlig absurd den springer rückzug nach g6 wann ist das im fünften zug zu verbinden mit der absicht auf f4 vielleicht mal was zu drohen denn es könnte ja der schwarzfällige läufer wie hier jetzt in diesem abspiel getauscht werden das darf weiß natürlich nicht machen deswegen das ist schon läufer d2 und jetzt damit die sieben das ist schon nicht so ganz so ganz einfach der beste zug hier ich glaube nicht dass man den brett findet den besten zug verweis hier den mal ich glaube da muss man da muss man wirklich die die theorie kennen das ist nämlich das hier g3 den stehen lassen den einstellen das ist ja keine einstellen mit absicht den opfern denn wenn schwarz jetzt schusselig ist und den nimmt dann spielt weiß läufer e2 also noch nicht mal nach nach geht nach hier nach g3 rechnet man ja damit dass der läufer nach g2 fernschittiert wird was ja auch die absicht war aber wenn schwarz so gierig ist und den weißen bauen hier frisst dann spielt man läufer e2 so jetzt hängt auch hier also jetzt muss schwarz ja auch was dagegen machen dass der dass der bläufer auf b4 nicht mehr gedeckt ist weil das tat ja die dame von e7 aus die ist aber jetzt woanders deswegen muss er im grunde genommen hier schlagen läufer schlägt d2 schach dame schlägt d2 und das kommt natürlich mehr als selten vor dass im budapester gambit schwarz ein bauern mehr hat und zwar nach zehn zügen statt ein weniger in der stellen ja kommt das vor aber er hat keine freude dran also weiß steht überlegen im grunde genommen schulgaschen auf gewinn positionell steht weiß bereits auf gewinn da wird huchtig ruchiert da wird springer c3 gespielt da kommt ein turm auf die auf die e linie da kommt der andere turm vielleicht auf die d linie da ist wirklich alles im fluss und alles im einsatz während bei schwarz der komplette damenflügel noch nicht entwickelt ist und naja schwarz kann zwar kurz ruchieren aber von der sicherheit des königs am königsflug kann keine rede sein also das darf schwarz nicht machen aber wenn diese stellung hier passiert und weiß g3 kennt dann sollte schwarz auch so gut präpariert und vorbereitet sein dass er jetzt die fünf kennt wo er kennt das so eine sache ich weiß gar nicht ob die die stelle überhaupt schon mal in einer meisterpartie auf dem brett stand also ich habe mir das ein bisschen zusammen analysiert mithilfe von moskalenkos buch das fabulous budapest gambit d5 das ist der knaller der ist der ist gefesselt der bauer also man schlägt ihn nicht sofort greift die mit d5 an und wenn jetzt weiß wiederum so gierig ist oder so verrückt ist und den nimmt dann kann man den nehmen jetzt ja dame e4 schlägt schach weil worin besteht der unterschied läufer e2 kurz ruchade der unterschied besteht darin dass es den bauern nicht mehr gibt folglich die dame von e4 aus den läufer auf b4 deckt und dass der hier jetzt auch gefährdet ist und das durch das quasi fast in einem zug hat natürlich nicht im einzug gemacht aber in diesem einen d5 zug wurde jetzt auch noch der läufer c8 entfesselt der kann vielleicht sogar bis h3 ja das kann man jetzt spielen mit schwarz wobei kann man spielen heißt auch nur ja ausgleich selbst selbst wenn schwarz den bauern hier noch bekommt und dann tatsächlich auch im bauern mehr hätte eine entwicklungsvorteil sehe ich durchaus noch auf weißer seite aber das kann man so spielen mit schwarz aber weiß sollte natürlich dann jetzt auch nicht auf d5 schlagen sondern das erst machen läufer schlägt b4 dame schlägt b4 denn jetzt geht ja dame d2 warum naja der f4 hängt ja nicht g2 g3 hat ja den den bauern f4 gedeckt so dass jetzt hier geschlagen werden kann damen können getauscht werden springer d2 d schlägt e4 springer schlägt e4 so und jetzt hat sich der pulverdampf verzogen jetzt hat sich der oder der vulkan ausbruch ist vorbei oder was auch immer die stellung hat sich erheblich beruhigt und die die engine analyse sieht jetzt hier weiß im vorteil das kann einem aber egal sein also erst recht auf amateurebene das ist eine stellung die mag nicht ausgeglichen sein weil eben weiß raumvorteil hat und die springer schon besser entwickelt stehen aber das kann schwarz meines erachtens problemlos spielen da ist es auch keine stellung wo schwarz remi nur remi klammern kann da entwickelt sich jetzt ein ja wahrscheinlich eher leichtfiguren als turm endspiel denn über die beiden offenen linien im zentrum die d und die e linie werden vermutlich türme getauscht aber weiß es nicht da ist vieles um nicht zu sagen alles möglich es gibt gleichfarbige läufer also keine ungleichfarbigen es gibt aber kein läuferpaar mehr und da ist alles möglich weiß ja steht etwas besser aber das ist im schach ja meistens so dass weiß nach elf oder zwölf zügen etwas besser steht dadurch dass so viel getauscht ist ist schwarz aus der aus sozusagen aus dem gröbsten aus der gefahr irgendwie in einen königsangriff zu geraten und über den haufen gerannt zu werden auf jeden fall raus also das kann man das kann man spielen mit mit schwarz so wie sind wir da hingekommen über genau über über hier springer f3 und läufer b4 ja und dann eben mit läufer d2 dann dame 7 und dann kommt es so wie besprochen darf man auch nicht vergessen wenn jetzt irgendwie schwarz weiß auf die idee käme vielleicht irgendwie sowas zu machen aber im zweifelsfall kann man tatsächlich wegschlagen weil das geht ja nicht kann ich kann ich nicht mehr zum schein machen weil er ist der ist ja gefesselt hier erschlägt ja gut dann ist das hier mit schach und das hatten wir schon wenn ich das kann es nicht sein auf springer f3 laufer b4 kann natürlich also dass das geht wahrscheinlich jetzt auch nicht weil dann hängt dann hängt tatsächlich f4 ja also es ist wirklich von also es ist wirklich so dass von g6 aus der springer ein bisschen was tut ist also nicht absurd dass er f4 angreift in der stellung in der nach g6 zieht denkt man das ja nicht so hier sprich 6 da denkt man sich na ja gott was willst du auf f4 angreifen oder der ist ja gedeckt und wie war was soll sich daran ändern naja das kann sich sehr schnell was ändern durchläufer b4 und wenn jetzt weiß stattdessen springer c3 statt läufer d2 spielt d6 läufer d3 oder auch direkt auf c3 schlagen wie schlägt c3 kurze rochade dann haben wir wieder ein stellungstyp den wir auch vorhin schon mal hatten weiß gibt seine bauernstellung am damenflügel auf gibt keine bauern auf also opfert keinen bauern aber gibt die struktur seiner bauernstellung auf und lässt sich diesen isolierten doppelbauern verpassen in der c-linie und dazu noch ein isolierter randbauer der wird häufig übersehen ich weiß gar nicht warum weil auch ein isolierter randbauer ist kein vergnügen es ist auf jeden fall keine kein bauern mehr mit dem man irgendwie aktiv was machen kann dessen schwäche und auch eine schwäche am rand ist schwäche dafür hat weiß das läuferpaar hat ein hilfszentrum so nennt man das wenn ein bauer perfekt auf einem der zentrumsfelder hier steht also e4 oder d4 und der zweite daneben also hilfszentrum wäre es auch wenn zwei bauern auf d4 und c4 stehen würden aber hier ist halt e4 und f4 und hilfszentrum ist ja schon mal besser als gar kein zentrum also bei schwarz ist ja nicht viel an zentrum da steht gibt es noch einen bauern der steht auf die sechs also durchaus weiß positionellen vorteil und von der eröffnung theoretischen bewertung würde man sagen ja insgesamt steht weiß leicht im vorteil wegen läuferpaar wegen dieses schönen bauernzentrums und schwarz hat als pfund und vor allen dingen auf dauer ja und das ist das was ich denke das ist immer ganz wichtig dass man eben sich bei bei stellungsmerkmalen dann eben auch anguckt was haben die denn für eine dauerhaftigkeit also diese bauern werden hier aller wahrscheinlichkeit nach nicht bis zum ende der partie stehen irgendwann wird mal was vorgezogen und naja die läufer das läuferpaar das ja der zweite vorteil ist von weiß im laufe der partie können dinge passieren und schwarz wird das natürlich auch versuchen einen dieser läufer abzutauschen gegen was auch immer also ob gegen den gegen den weißfeldigen läufer von schwarz oder gegen den springer von schwarz ist völlig egal jedenfalls so dass nur noch einer der beiden weißen läufer übrig bleibt dann ist es nämlich kein läuferpaar mehr also läuferpaar ist immer nur zu zweit also ein läufer allein ist kein läuferpaar und damit ist dann auch der der dynamische vorteil des läuferpaars wäre nicht mehr da also das kann sich verändern während das hier sich nicht so schnell verändert also die wahrscheinlichkeit dass das bleibt also zum beispiel könnte schwarz auch völlig richtigerweise b7 b6 spielen bei passender gelegenheit um eben hier so ein so ein vorstoß und den doppelbauern aufzulösen von vornherein einen riegel vorzuschieben weil der bauer wird ja einfach geschlagen werden so oder so wahrscheinlich eher von b6 aus also das kann man spielen so da kann man daher genau das wäre es im grunde genommen für zu was man sagen kann oder in der kürze der zeit sagen kann zu springer g6 und damit widmen wir uns sprunger c6 alternative und für die alternative brauche ich ein frischen besser kaffee und deswegen drücke ich mal kurz auf die pause taste und holen mir ein becher kaffee und dann machen wir weiter springer e nach c6 das sieht ein bisschen ruhiger aus der springer auf c6 ist ja nicht wie auf g6 irgendwelchen direkten drohungen ausgesetzt auf der anderen seite will natürlich der springer auch irgendwo mal irgendwo hin und c6 geht schon mal nicht da steht jetzt ein kollege und sagen wir so der auch der springer auf c6 der hat schon eine reise hinter sich fg8 f6 g4 e5 c6 da hat doch mal der siegbert darasch gesagt in der eröffnung bitte eine figur nicht zweimal ziehen ja gut mit siegbert darasch wäre mit der budapest ich weiß gar nicht ob der sich jemand zum budapester gambit geäußert hat aber wenn wollen wir es in dieser videoserie nicht zitieren wäre bestimmt nicht sehr freundlich springer e nach c6 jetzt gibt es wieder diese beiden hauptzüge die da lauten läufer e3 um halt das hier wieder zu verhindern oder springer f3 gucken uns beides mal an also guck mal hier springer f3 dann kann man ja jetzt den läufer nach c5 ziehen springer c3 bauer d6 läufer d3 läufer g4 h3 tauschen tauschen springer d7 das mit dem läufer paar hier da wird weiß nicht lange allzu glücklich werden weil irgendwie ist der ja hier schon recht wirkmächtig ja und deswegen ist sowas hier ausgesprochen naheliegend läufer e3 zu spielen was natürlich aber dann auch ein tausch mit sich bringen würde allerdings kann schwarz dann jetzt auch erst noch mal so ein schach geben wie dame h4 denn wenn jetzt weiß nicht auf f2 alles tauschen will läufer und dame spielt er g3 und dann spielt man da bei f6 der unterschied hier ist auch was den läufer c5 angeht wenn der irgendwie geschlagen wird der kann ja vom springer zurückgeschlagen werden es muss ja nicht der bauer sein und damit entsteht nicht dass so von mir kritisch gesehene bauernstruktur wenn wenn weiß jetzt hier lang rochiert was ja durchaus aggressiv ist aber auch der der stellung gerecht wird ja kann schwarz das auch da würde ich auch ehrlich gesagt in so einer stellung hier mit schwarz mit der rochade warten bis weiß eine macht um sich dann zu entscheiden mache ich entgegengesetzte rochaden oder auch hier in dieselbe richtung in die auch weiß rochiert hat entgegengesetzte rochaden also der eine kurz der andere lang egal wer egal wer wohin aber eben jeder in eine andere richtung verschärfen das spiel und dann kann man sich zumindest entscheiden will man es verschärfen will man sich verschärfen hier würde ich eher dazu neigen ist nicht zu verschärfen sondern auch lang zu hoch hier so springer d5 springer c nach e5 jetzt gehen taktiken warum naja wenn weiß die schwarze dame nimmt nimmt schwarz die weiße dame dann schlägt hier noch mal der läufer und den läufer sonst wäre ja ungedeckt auf e3 dann steckt man mit dem springer zurück der springer kommt zurück nach d5 und der springer kommt zurück nach d4 und auch hier hat sich der pulver dann verzogen und es ist eine ausgeglichene stellung ist eine ausgeglichene stellung mir ehrlich gesagt gefällt sie sogar etwas besser für weiß als es als als die engine sagt weil die engine sagt wirklich total aussieht weiß ich ob es jetzt 0,0 sagt oder 0,2 oder minus 0,1 aber für eine engine bewertung ist das völlig in ordnung ich finde allerdings der also ist auch in ordnung für schwarz würde ich auch mit schwarz spielen aber gar kein problem aber ich würde trotzdem denken dass es oder ich denke trotzdem dass weiß etwas besser steht weil die bauern einfach etwas weiter vorgerückt sind vor allen dingen die zwei die kann man mit dazu zählen hat halt drei bauen auf der vierten reihe das wäre jetzt aus schwarzer sicht das pendant die fünfte reihe da hat aber gar keinen drauf der schwarze und nur ein bauern auf der sechsten reihe hier den ja also der raumvorteil ist meines erachtens für für weiß gegeben und das zweite ist halt auch dachten ja mal gucken vielleicht 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 bleibt das gar nicht lange der läufer gegen den springer egal ist gegen welchen gegen die gegen den anderen der läufer ist dem springer halt im endspiel und ticken überlegen nur ein hauch ja aber wahrscheinlich kann man das jetzt gar nicht vermeiden dass der getauscht wird ja damit relativiert sich das schon wieder da relativiert ich ja schon wieder weil also das droht ja jetzt wenn man so will droht im sinne von diesen vorteil des läufers gegenüber dem springer durch tauschen zu beenden denn dem kann sich der kann dem kann sich weiß ja nicht entziehen wenn weiß den läufer weg zieht dann geht das ja nur nach hier dann gibt es aber glaube ich hier sind schach nebst hier oder aber er entzieht sich hierhin ja so ja doch das geht dahin ziehen vielleicht weil das geht ja noch dann ist ja der springer weg ja das geht also vielleicht würde ich sogar mit weiß hier von läufer f1 versuchen weil ich müsste ich müsste noch mal rechnen ob das wirklich ist aus weißer sicht ob das geht aber der hängt jetzt ja auch erst mal ist ja tempo zug jetzt muss ja schwarz erst mal was ziehen ich nehme an den zieht man jetzt hierhin zurück jetzt hängt er ja das stimmt aber ja dann vielleicht dann vielleicht sowas das habe ich jetzt nicht mehr analysiert aber das wären jetzt so fortsetzungsideen die ich mir mit weiß überlegen würde wenn weiß das nicht tut ja und nach springer d4 weiß ich was zieht vielleicht turm nach e1 oder ähnliches ja dann mit schwarz hier tauschen und ja ist okay auch hier hat weiß ein bisschen mehr aber glaubt dass das ist nicht viel das kann dann auch schnell verflachen ja da kamen wir her von läufer e3 genau so kann man dahin was denn wenn springer f3 gespielt wird oder kam auf und springer f3 dahin ne ne kam von läufer e3 dahin läufer c5 springer c3 d6 ne quatsch natürlich genau da kann man doch her ja komm mal zurück dass das war die springer f3 variante jetzt kommt die läufer e3 variante auf springer c6 läufer e3 na gut jetzt geht natürlich läuft c5 nicht deswegen spielt man ja läufer e3 damit der der hier nicht dahin kann na gut wenn er da nicht hin kann dann geht halt dahin springer c3 keep it simple läufer schlägt c3 ihr kennt das wenn ihr bei mir öfter zuguckt wenn ich wenn ich mit weiß die bird eröffnung den einfachen feuer vogel spiele da sage ich ja auch immer wenn es da die möglichkeit gibt steht ein schwachzer springer auf c6 und man spielt den weißen läufer nach b5 wenn man dann auf c6 schlagen kann so dass ein doppelbauer entsteht genau wie hier machen läufer paar hergeben bauernstellung kaputt machen das ist in der in der bird eröffnung im einfachen feuer vogel sogar noch viel angenehmer zu spielen weil man ja mit weiß spielt und das hat jetzt nichts damit zu tun dass die hellere farbe irgendwie netter ist sondern wer mit weiß spielt hat halt fängt halt an der hat einen zug mehr hier kann man immer noch sagen ja weiß hat aber weil schwarz im nachzug ist ja und eben ein zug später dran kommt als der als als sein weiß spielender gegner hat weiß noch ein bisschen mehr kompensation als es schwarz in der genannten bird variante hat aber bürt hin bürt her es ist eine kaputte bauernstellung auch hier jetzt entstanden und damit hat schwarz eine perspektive und das ist mir immer wichtig ja also auch für mein eigenes spiel habe ich für eures auch dass man eine perspektive hat und die perspektive lautet hier das mittelspiel überstehen ohne dass groß was passiert und vor allen dingen ohne dass sich diese schlechte bauernstellung von weiß verändert und damit dann im endspiel mit schwarz aussicht haben ein besseres endspiel zu erreichen vielleicht sogar auf gewinn zu spielen damit hier löst man wie sehr häufig in der dieser alliechen variante im budapester gambit wenn der schwarze springer nach der königsspringer auf c6 steht da muss der weiß der schwarze damen springer ja woanders hin ja dann tut man nach a6 ist nicht schlimm springer am rand bringt kummer und schand reimt sich zwar stimmt aber nicht immer ja und in vielen eröffnungsvarianten überhaupt nicht da stimmt es nicht springer f3 b6 läufer d3 dame e7 kurzer hochrade springer c5 die idee habt ihr seht es mit b6 und dame e7 vorbereiten dass der springer nach c5 kommt so dass wenn schwarz hier weiß hier schlagen würde man nicht mit dem bauern zurückschlagen muss das würde die eigene schwarze bauernstellung ja auch ein bisschen kompromittieren sondern dass man dann mit der dame zurückschlagen könnte gleichzeitig droht man ja von hier jetzt von c5 das ist ja ein bombenfeld für den springer das ist das erstens greift er den läufer an da muss der hier schon mal zurück wenn er sich nicht abtauschen lassen will aber das hier ist ein sogenanntes blockadefeld das feld das das feld das vor einem isolierten doppelbauern steht ist das lieblingsfeld für gegnerische figuren erst recht für springer also es gibt auf dem ganzen brett kein feld das den schwarzen springer magischer anzieht als das feld c5 weil es eben das blockadefeld vor dem einzigen isolierten doppelbauern ist am ganzen brett jetzt würde schwarz läufer b7 spielen weiß vielleicht mit e5 noch mehr raum im zentrum sich holen und auch schon mal in die richtung gucken und jetzt würde man schon mit schwarzen aus schwarzer sicht sagen naja meine drei leichtfiguren stehen alle hier am damenflügel ist das jetzt wirklich so eine gute idee ich kurz zu hochieren und quasi in hirne alles was weiße für figurenfarbe hat da in den da hinein zu hochieren ich glaube eher nicht da muss man auch nicht hochiert man verlangt und jetzt hat man entgegengesetzt rohan die das spiel verschärfen ja aber wir spielen ja schach hier spielt kein halmer also gegner verschärfung an für sich haben wir ja nichts und das ist eine ausgeglichene also für weiß das also auch problemlos zu also problemlos zu spielen also auch gut zu spielen ja kann man nicht sagen schwarz steht besser aber weiß steht eben ordentlich besser aber es ist eine unbalanced position oder der engländer wahrscheinlich wieder sagen sie ist ausgeglichen aber unbalanced das kommt schon alleine durch die entgegengesetzten rohan da kommt jetzt scharf ins spiel ja und da jetzt der weiße der schwarze könig nicht hier steht kann eben auch schwarz am königsflügel bauernsturm machen mit dem bauernsturm ist es hier am damenflügel nicht so weit her ja der einzige der noch was stürmen könnte wäre der a bauer ja gut da spielt auch im zweifelsfall a5 wenn es überhaupt sein muss also im moment wäre es ja ziemlich egal weil da könnte sogar der springer von c6 aus a5 den bauern schlagen also das ist sozusagen dann schon fast in doppelter hinsicht unbalanced und unbalanced und unbalanced hebt sich nicht auf das ist keine doppelte verneinung na wie auch immer also das kann man spielen das ist interessant das ist interessant wo kann man daher das war das mit läufe e3 genau hier läufe e3 ich hätte jetzt fast gesagt dummerweise oder wie auch immer gibt es hier noch für weiß eine dritte möglichkeit die wird in der praxis wahrscheinlich weniger häufig vorkommen aber wenn vielleicht dann doch das kann man auch am brett finden oder sehen oder auf die idee kommt das zu spielen und zwar dieses feld unter kontrolle nehmen aus weißer sicht damit läufer b4 solche geschichten überhaupt nicht gehen und zwar mit a3 mit a3 dann kann der läufer nicht nach b4 das ist ja logisch naja wird man als schwach zu sagen naja wenn ich nach b4 ganz 100 nach c5 naja im prinzip ja sagt radio eriwan aber dann auch wieder nicht weil irgendwann gibt es dann vielleicht mal sowas also a3 ist natürlich ein tempo verlust weil es tut ja nichts anderes als das feld b4 wegzunehmen aber entwickelt ja nichts man sollte ja auch sagen das ist ja auch so ein spruch von tarasch also nicht zu viele bauernzüge in der eröffnung machen sagen wir so weiß hat hier nur bauernzüge gemacht wir sind im sechsten zugeweis hat sechs bauernzüge gemacht also das budapester gambit und sieg per tarasch ich muss wirklich mal nachgucken ob der sich mal irgendwo dazu geäußert hat aber wenn war es wahrscheinlich keine kein satz oder keine aussage sondern eher sein würgen oder ein erbrechen oder so etwas für sieg per tarasch ist das nichts aber für uns freunde der hyper modernen schachschule die wir ja alle sind ist natürlich was ganz hervorragendes hier würde ich aber jetzt auch empfehlen den die übliche läuferentwicklung nach b4 oder c5 sein zu lassen und das eben nicht zu spielen denn das wäre ja dann jetzt läufer c5 und da geht tatsächlich schon das hier b4 ja da kann doch nach d4 reinziehen den turm auf a1 angreifen ja kann machen dann zieht einfach nach a2 das ist sehr unorthodox aber nicht schlecht der läufer jetzt hier unten noch rein schlägt turm schlecht g1 d6 g4 und sowas hier ist gar keine drohung ich wüsste nicht was besser ist turm f2 oder turm g3 der turm von a2 mal ein pfeil machen wusch also eine schönere wirkung hat der hat der turm in so in der frühen phase nach nach zehn zügen nach elf zügen noch nie gehabt das kann es nicht sein läufer c5 b4 läufer d4 selbst wenn jetzt schon auf g1 geschlagen wird turm schlägt g1 dame h4 schach g3 ja dame schlägt h2 turm g2 und jetzt schwarz hat ein bauern mehr wenn schwarz im budapester gambit nach zehn zügen ein bauern mehrheit bauern mehr hat dann ist höchste höchste alarmbereitschaft und zwar nicht bei weiß aber schwarz dann muss ich kann ich euch als blinsenweiß mitgeben dann auch wenn ihr budapester gambit spielen die hat noch zehn ihr habt nach zehn zügen als schwarz am bauern mehr dann ist irgendwas faul ja dann ist gefahr im verzug dann sonnt euch nicht in der erwartung jetzt ja jetzt muss ich nur als endspiel kommen habe ich mehr bauern sondern befürchtet dass das dass ihr nicht mehr lange lebt und schaut nach rettungsringen aus haltet nach rettungsringen ausschau ja weil so eine katastrophe die dame muss ziehen wo zieht sie hin weiß entwickelt sich mit wie auch immer noch läufer b2 springer c3 alles alles spricht für weiß ne das geht nicht und deswegen ist läufer c5 eigentlich auch tinef jetzt kann man das natürlich vorbereiten und sagen vielleicht wie geht es ja mit a5 vielleicht ja weil dann könnte man ja danach läufer c5 spielen weil ja b4 nicht mehr geht es ja überdeckt das feld naja aber dann kommt läufer e3 dann springer a6 springer c3 jetzt läuft c5 d2 d6 springer f3 natürliche entwicklungszüge läufer g4 läufer e2 schlagen schlagen spieler c5 weiß steht leicht besser sagt die analyse aber also mir gefällt es nicht für schwarz ich würde sagen jetzt weiß spielt entweder eine lange hochrad vergleich also es ist jetzt nicht todesmutig sondern ambitioniert oder aber auch ohne lange hochrad einfach turm a1 d1 und der steht ja auch da wenn man lang hochiert da steht der könig halt auf c1 aber man kann auch kurz hochieren und dann nur den und vorher turm a1 d1 spielen und dann irgendwie hier sowas so ein durchbruch im zentrum e4 e5 für mich sieht das schwierig aus für schwarz ich habe mich jetzt nicht so rein vertieft aber wenn mir das auf dem brett begegnen würde also mal diese diese stellung ja klar hier so in der richtung wüsste ich was ich spielen würde noch a5 a4 um den b bauern festzulegen soweit okay ja und auch kurz hoch hier das auch würde ich jetzt auch sagen ja aber hier sowas mit die anderen fahrt immer weg ein turm auf die d linie und dann schnell e4 e5 weil dann ist ja der d6 gefesselt weiß ich nicht also laut analyse weiß nur etwas besser also in einem umfang dass man sagt das kann schwarz spielen aber ich sehe hier schwarz eigentlich nur ja klammern ist vielleicht ist es vielleicht ein übertrieben aber also rein defensiver natur hier sehe ich keine 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 aktiven möglichkeiten für schwarz gefällt mir nicht deswegen rate ich auch eher von a5 ab es ist spielbar aber also mir gefällt sich also ich würde hier sogar jetzt empfehlen die dritte variante dritte option zu wählen und d6 zu spielen nach dem motto weiß hat mit a2 a3 hier ein zug verschenkt damit aber durch das verschenken hat er läufer b4 unmöglich gemacht und wenn man eben nicht a5 spielen will hat er auch läufer c5 unmöglich gemacht und da sagen wir uns als schwachseidern ist das eben so dann sind eben die läufer c5 und läufer b4 ideen damit erledigt aber damit habe ich dafür habe ich einen einen sozusagen ein tempo gewonnen und weil a3 ja eigentlich nichts nichts ansonsten bewirkt hat und deswegen spiel ich jetzt d7 d6 und setze fort springer f3 läufer g4 läufer e2 g6 also normales fährt also normales der läufer der läufer geht gar nicht hierhin sondern der läufer geht hier und dann passt ja die d7 d6 das passt ja zusammen das können wir aus verschiedenen eröffnungen das passt ja wunderbar zusammen läufer e3 läufer g7 damit d2 denn hier unten hängt ja was aber schon ein bisschen was dagegen tun springer b nach d7 springer c3 springer c5 geht auch so jetzt droht ganz nebenbei hier auch eine gabel turm d1 kurze ruch an was ja habt ihr habt ihr wieder aufgepasst und gesagt moment moritex noch nicht so schnell turm d1 spielen du müsstest doch eigentlich sorge haben vor ja ist auch so die einfache idee läufer schlägt sie 5 d schlägt sie 5 und jetzt wahrscheinlich sogar so was und so was und wir haben es wieder die ungesunde bauernmehrheit von schwarz am damenflügel auf der anderen seite kann natürlich auch jetzt hier schwarz radikal sein und versuchen wenn weiß das zulässt also wenn weiß jetzt zum beispiel sowas hier spielt den so hat fast gesagt mühsam fähig zitierten läufer hier so komplett herzugeben und die bauernstellung von von weiß zwar am damenflügel und nicht am königsflügel zu entwerten um vielleicht dann doch was am damenflügel mit der eigenen bauernmehrheit machen zu können schwer zu sagen allerdings muss weiß das natürlich auch nicht tun sondern könnte jetzt auch der kann nicht naja das gute das muss natürlich überlegen ob das geht da muss man rechnen wie weltmeister muss man rechnen wie ein weltmeister aber das ist eine option für für weiß hier auf sowas einfaches zu spielen dieser berühmte die berühmte bauernstellung die einfache idee ich glaube aber nicht dass das in der praxis euch passieren wird ja weil da gibt es nicht so viele spieler die da so quasi wie ich stur drauf spielen und die das läuferpaar jetzt in der situation so dafür hergeben weil man sich dann doch eher überlegt hier genau dass sowas sowas wie turm d1 zu spielen und zu sagen naja für den den springer krieg ich vielleicht doch irgendwann auch mal noch mal mit b4 vertrieben da muss ich jetzt meinen schönen meinen guten läufer auf e3 nicht vorher geben ich glaube dass das in der praxis nicht groß passieren wird und wie gesagt auch wenn es passiert die die objektive bewertung hat damit oder die 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 engine analyse hat mit mit läufer schlägt c5 und die schlägt c5 aus für schwarz auch keine großen probleme ja klar man hat auch ein bisschen was ist das normale gucken ja so und so und jetzt den hier ja das feld d4 ist natürlich schwächer als sonst üblich aus weißer sicht müsste man gucken müsste man spielen alles zusammengenommen neige ich dazu in dieser stellung hier nach f4 euch zu empfehlen ich neige dazu zu empfehlen ich empfehle es einfach ich sage jetzt ohne konjunktiv und ohne alles spielt den springer nach c6 statt nach g6 ich denke da hat man mehr von da hat man mit schwarz leichteres leichteres spiel als in der springer g6 variante die man auch spielen kann aber irgendwas nützt ja nützt ja auch nichts wenn 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 ich sage ja könnt ihr beide spielen aber ich finde man hat nach nach springer c6 e5 nach c6 etwas leichteres spiel und damit sollte man zumindest mal anfangen mal gucken wie es wird und wenn man dann feststellt nehmen mit den stellungstypen behagt werden doch nicht so da kann man das andere probieren oder aber damit kommen wir sozusagen zum großen finale mal ganz was anderes in der stellung hier ja schon gesagt das hier ist nicht damit haben uns gerade beschäftigt jetzt gibt es eine dritte möglichkeit und das ist das und das sieht ein bisschen quasi aus das ist es auch da muss man auch ein zeichen hinter machen also entweder ist das interessant oder fragwürdig normal ist es nicht aber also ich da bin ich jetzt heute der meinung das zu empfehlen auch aus einem schach psychologischen grund ich sagte ja wenn einer die alliechen verteidigung spielt für die alliechen variante die alliechen variante in der budapester gambit dieses e4 dann hat er sich dahingehend was in aller regel bei gedacht dass ich das mal angeguckt hat dann ist er vorbereitet auf das hat er überhaupt keine sorge vor dem da muss man ja auch keine sorge muss sich mal auf vorbereiten das habt ihr eben gesehen da passiert ja nichts da steht man einfach nur gewinnt man einfach nur material als weißer und spielt dann einfach ne aber dann ist er auf das hier vorbereitet dann spielt auch sofort f4 und dann wartet er nur ab wohin geht der sprich jetzt doch g6 oder das c6 aber das hat er sich angeguckt er ist vermutlich wenig vorbereitet auf h5 und wenn er vorbereitet ist aber in der praxis wird es ihm dann trotzdem auch noch seltener begegnet sein man kann sagen h5 ist noch ein bisschen unlogisch schwarz will ja spielt jetzt ja quasi mit der brechstange wieder ein ein gambit weil er sich quasi weigert den bauern zu schlagen aber er weigert sich nicht dadurch dass er einen entwicklungszug macht also diese geschichte hier d7 d6 der konnte man zumindest noch zugute halten ja schwarz verzichtet auf den bauern aber entwickelt hier zumindest irgendwie was ja das tut h5 ja mitnichten h5 betoniert den springer auf g4 also betoniert ja so festigt ihn auf jeden fall ja und da können durchaus taktische sachen entstehen die wenn man sie mit weiß nicht kennt und nicht so ganz einfach sind am brett zu berechnen gucken uns mal so ein paar so ein paar grundsätzliche überlegungen an h3 ist ja was grundsätzliches nach dem motto ich habe deinen springer angegriffen mit der dame du hast ja mit dem bauern gedeckt naja dann trete ich halt noch mal jetzt mussten ja wegziehen ja gut jetzt muss man noch weg ziehen das geht ja nicht anders jetzt schlägt man den bauern auf e5 da kann man sagen ja warum nicht gleich naja jetzt hat man ja h3 wenn man so will provoziert der bauer steht nicht mehr auf h2 und das macht einen unterschied wenn weiß auf die idee kommt f4 zu spielen weil wenn weiß tatsächlich diesen normalen f4 plan irgendwie jetzt oder später spielen würde würde hier auf g3 ein massives loch entstehen das nicht da ist wenn der bauer noch auf h2 steht weil dann überdeckt hat zwei ja g3 aber auf wenn der bauer auf h3 steht ist ein loch auf g3 da und das loch ist zum beispiel ganz praktisch ausnutzbar durch dame h4 gegebenenfalls mit schach wenn der f bauer nicht mehr auf f2 steht dann kann weiß nicht mehr g2 g3 dazwischen ziehen weil diesem g bauer dann die unterstützung von h2 fehlt feine weg also h3 stärkt nicht die weiße stellung indem es den schwarzen springer vertreibt sondern schwächt sie und das ist ein bisschen die idee von h5 also man kann im grunde hier schon mal h3 provozieren wenn man an weiß spielt jetzt weiter mit läufer e2 weil auf der anderen seite ist natürlich h5 auch ein bauer der steht natürlich auch etwas schwächlicher da als auf h7 der kann jetzt ja angegriffen werden was man zum beispiel mit läufer e2 ja dann direkt machen kann ja dann spielt man läufer c5 und jetzt fangen schon so taktische sachen an wenn jetzt weiß sagt das ist ja wunderbar dann schlage ich den jawohl und da mal h4 und feier haben die partie schon vorbei weil es eine doppeldrohung ist das droht und schlichtweg das droht weil der turm von h8 zieht ja auch nach h5 das geht also schon mal nicht dann könnte man jetzt hier läufer e3 spielen mit weiß um das schon mal wenn man sagt ja läufer c5 verhindern und dann geht das ja dann vielleicht danach spieler laufer b4 schach springer d2 d6 a3 ja jetzt haben wir das wieder schon richtig aber also unsere berühmte bauernstellung hier aber naja jetzt droht auch sowas jetzt muss wahrscheinlich der springer von d2 wegziehen also es ist ein bisschen es ist ein bisschen quer ne also unbalance ist auf jeden fall und dadurch dass das feld g3 so schwach ist ist also sowas würde ich jetzt mal sagen grundsätzlich grundsätzlich nicht möglich wegen dem schach weil g2 g3 geht nicht und stellt man einfach weg also h3 würde ich sagen hat schwarz die idee die ja mit h5 hat ein bisschen erreicht da jetzt kann man sich radikal sagen was ist ja mit f4 jetzt naja das ist ähnlich wie f4 im vierten zug laufer c5 guckt hier unten drauf naja muss ja schon springer h3 kommen klar um das feld zu überdecken dann spielt man ruhig springer c6 läufer e2 kurze rochade naja und wenn man ihn schlägt 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 ist das nicht gut für weiß wegen usch d5 sprengungszug im zentrum noch bevor der weiße könig in sicherheit gebracht werden konnte durch rochade ja sagt sich beispielsweise f5 ja dadurch ist aber e5 frei mit tempo weil wieder die weiße dame angegriffen ist dann muss die weg und jetzt spielt man feinen zug turm e8 und in der folge werden jetzt die weißen zentrumsbauern also der vor allen dingen der vermutlich auch weggesprengt und der weiße könig steht ich hätte fast gesagt nackt im wind weil kurz rochade ist halt nicht der läufer auf c5 macht das schon seinen job da mag es noch taktische sachen jetzt auch geben für für weiß aber das finde ich schon sehr heftig also mit h5 kommt man und das wäre dann wiederum für sein williams budapesti style kommt man in wesentlich taktischere gefilde als es die aliechin variante eigentlich aus weißer sicht beabsichtigt hat also wenn weiß hier diese aliechin variante e4 spielt dann will er keine taktischen gefilde war erkunden sondern er will positionell nachweisen dass die schwarzen springer züge ein bisschen zu viel sind so dass jetzt mit h5 gut wir haben jetzt h3 und f4 ausprobiert jetzt springer f3 nach dem motto normaler zug ja noch für c5 ja jetzt kann er noch laufer g5 spielen da steht man erst rein schlagen mit schach könig e2 und jetzt f6 e schlägt f6 g schlägt f6 das geht für weiß noch aber jetzt muss er sachen finden jetzt muss er h3 finden f schlägt g5 h schlägt g4 man kann nicht zurückschlagen mit dem schwarzen h bauen hier weil der turm auf h8 sonst fällt also dass ich im im zehnten zug die beiden türme auf h1 und h8 drohen gegenseitig zu schlagen gibt es auch nicht jeder eröffnung laufer g3 d4 das sieht schon sehr bedrohlich aus naja aber turm g8 turm schlägt h5 d7 d6 alles ist wackelig aber das hier ist auch wackelig d5 d5 turm f8 turm schlägt g5 d6 da verließen sie ihn da habe ich jetzt habe ich jetzt die analyse beendet unbalanced position wie sie unbalanced noch nicht sein kann aber wer eben mit der mit dem budapester gambit scharfes spiel ohne dass es ein 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 hasardeur spiel ist also entweder ich stelle trick und entweder weiß fällt reiner gewinne ich und wenn ich verliere ich halt nein hier haben beide seiten noch bis hierhin schon viele möglichkeiten gehabt zu stolpern und das wird sich in den nächsten zehn zügen fortsetzen ja das ist was für taktik füchse auf beiden seiten ja und auch aus dem gesichtspunkt ja h5 im vierten zug gucken wir mal fünf was hat er denn noch möglichkeiten der weiße was ist denn mit springer h3 die idee kann man ja auch kommen schon mal direkt profilaktisch hier f2 zu überdecken ja springer c6 springer c3 läufer c5 läufer e2 gut aber warum soll man schlagen hier ne springer steckt e5 springer f4 mit dieser springer h3 variante kann weiß gezielt den bauern auf h5 unter feuer nehmen d6 ja und das ist jetzt eine lustige stellung den auf h5 würde ich nicht nehmen den bauern jetzt ne der da so hängt das ist aus in beider also die richtige die solide fortsetzung wäre jetzt kurze rochade springer d4 schlagen geht wieder nicht wegen dame h4 und hier droht mehr als ungemach steht schwarz schon auf gewinn muss er aber ja auch nicht kann ja auch läufer e3 spielen ja dann tauscht man da unten weg zack 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 und das ganze entspannt sich etwas c6 um das feld die fünf den springer zu nehmen b3 um den bauern c4 zu decken und noch h4 hier sollte man sich hüten vor solchen abenteuern also irgendwann ist mit der taktik dann auch zu viel weil nach springer d3 h4 turm a d1 dame e7 f3 dann ist es dann ist es stabil am königsflügel eigentlich für für weiß und schwarz hat schon etwas schwierigkeiten diesen läufer irgendwie vernünftig ins spiel zu bekommen das mit der langen rochade ist jetzt hier auch muss auch vorbereitet werden sonst schlägt es auf a7 rein das sollte man nicht tun aber nach b3 kann ja einfach h4 spielen dann steht der bauer auf h4 steht einfach sicherer als auf h5 und ja etwas besser für weiß aber kann man spielen mit schwarz wenn hier weiß kurz rochiert wenn weiß auf die idee kommt zu sagen naja ich schlage den bauern auf h5 wenn es mit dem springer schlägt dann opfert sich der turm mal verschlägt auf fünf dame h4 und wir haben weniger das als viel mehr das g3 dame h3 da hat schwarz locker kompensation für die geopferte qualität und steht eigentlich besser aber steht besser sagt dann sagt dann also die taktische bewertung ist klar hier die engine sagt schwarz steht besser steht sogar spürbar besser trotz qualitätsopfer aber das muss man natürlich spielen und also man muss diesen vorteil dann auch aufrechterhalten und da kann man natürlich auch leicht stolpern oder das ist scharf sagen wir es jetzt mal so scharf ist das auf jeden fall wenn der ähm läufer schlägt auf h5 dann wird der qualität wird die qualität nicht geopfert weil dann geht es trickiger dann spielt man g5 greift den springer an der muss weg dann spielt man g4 äh weil damit die deckungsdiagonale dame d1 nach h5 unterbrochen wird und jetzt hängt der läufer naja sagt der springer dann komme ich ja wieder zurück nach f4 na gut dann sagt sich der schwarze dann zentralisiere ich meinen und jetzt wird es gefährlich jetzt wird es wirklich wirklich hömmel gefährlich äh nehmen wir mal was naheliegendes äh kurz rochale ebenso naheliegend wie äh lebensgefährlich springer f3 schach springer opfer schlägt nächstes springer schach könig g2 dame h4 es droht haus und hof wenn sich haus und hof ein bisschen gegen opfert dame schlägt g4 könig h1 turm h2 bad das kann es nicht sein also die kurze rochale hier äh ist lebensgefährlich naja kann man sagen dann vielleicht mit b4 versuchen den läufer zu entwurzeln ja ne also wenn der jetzt schlägt auf b4 dann äh fällt ja der springer das geht ja nicht naja auch dann springer opfer ne springer f3 schach g schlägt f jetzt aber hier läufer d4 ja läufer b2 springer f3 das hier äh geht ja nicht ne wegen auch springer f3 schach und dann ist es eine schach und eine gabel und die dame fällt ne also auf läufer d4 läufer b2 dann springer schlägt f3 schach könig e2 dame h4 wir sind wieder hier dame f1 ja turm schlägt a5 springer schlägt a5 damen schlägt a5 nochmal zählen ne äh weiß hat die qualität mehr aber steht äh also sagen wir so da reiht 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 ja also gut die Engine macht es ein bisschen drastischer und sagt äh schwarz steht auf gewinn äh ja rechnerisch mag das stimmen aber äh da da muss man dann auch die Züge sehen das ist jetzt nicht so einfach ist jetzt nicht irgendwie matt in zwei oder so oder in drei oder auch in vier das wäre einfach da muss man schon noch spielen aber äh da das ist eine Stellung da sagt kein Budapester Gambit-Spieler ohne das mehr was was kann ne also beides geht also man kann sowohl äh mit dem äh hier in der Stellung sowohl nicht mit dem Springer sowohl als auch nicht mit dem Läufer auf h5 schlagen ja und äh das hier hatten wir ja schon ne Springer d4 das wäre im Grunde genommen das wäre im Grunde genommen das Schlimmste was äh hier schwarz äh in der Springer h3 Variante passieren könnte und das kann man spielen ja ähm es bleibt was haben wir denn noch nicht was haben wir denn noch nicht Läufer e2 hatten wir auch schon ne ne das haben wir noch nicht ne Läufer e2 Läufer e2 Springer c6 h3 Läufer e3 erst mal schlagen schlagen Dame d5 äh der typische Vorstoß immer dann wenn die weiße Dame auf g4 steht und schwarz steht etwas besser deswegen würde wahrscheinlich er nicht auf äh auf g4 schlagen sondern den Springer mit h3 vertreiben Springer schlägt e5 Läufer e3 Läufer b4 Springer d2 d6 Dame c2 Läufer e6 so sind natürliche Züge lange Hochhade Dame e7 und auch die lange Hochhade vorbereiten ja sieht auch okay aus für schwarz finde ich hm also ich war als ich das zuerst gesehen habe ein bisschen unschlüssig und äh also die Theoretiker sind hier na Entschuldigung ich bin mit den Tasten manchmal mit den Fingern manchmal schneller als mit dem Kopf ne h5 ist ja nicht so die großen Freunde von ich glaube ich glaube Andro Martin erwähnt es gar nicht auf seiner DVD und Simon Williams boah ich glaube der streift das nur aber dann müsste ich nochmal nachgucken also lass mal die beiden mal außen vor ich finde das hat was ich finde das hat was man muss sich allerdings glaube ich also es hat vor allen Dingen etwas wenn man sich mit schwarz drauf vorbereitet also wenn man sag mal so das hier kann man dann glaube ich als Budapest Spieler immer spielen das guckt man sich mal an guckt man sich ja auch mal ein Video nochmal ne die 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 Phase der Viertelstunde in der ich diese Variante hier vorgezeigt habe guckt man sich dann nochmal an vor einer Partie oder guckt sich mal ein paar Partien an die dann schwarz gewonnen hat ne die so entstanden sind damit man ein Gefühl äh kriegt dafür empfehle ich ja sowieso immer sowas zu machen ähm äh aber wenn man weiß dass der Gegner das kann ja auch passieren ne dass man dass der Gegner vielleicht E4 spielen wird wenn man dann eine gewisse Sicherheit hat und sich darauf vorbereiten kann äh dann sollte man H5 und die jetzt ja nach H3 Springer F3 Springer H3 F4 äh entstehenden Verwicklungen ähm es droht ja jetzt schlichtweg wieder äh Läufer C5 ne also wenn jetzt hier einfach sowas kommt ne ja ne weiß ich jetzt nicht ob das was ob das Sinn macht ne wer weiß also da ist also H5 hat für mich die meiste äh ähm die meiste Musik da ist für mich die meiste Musik im Spiel tatsächlich mal angucken Partien angucken da gibt es deutlich weniger Partien als in der äh Springer schlägt E5 in der Hauptvariante ähm aber äh man kann es natürlich auch variieren ne also mit Springer schlägt E5 ist man auf der äh äh sicheren Seite und es wird eher positioneller äh äh man äh äh sofort wieder im Materialausgleich manche spielen das Budapester Gambit ja auch gezielt mit Schwarz um den Bauern schnell zurückzugewinnen und äh mit einem ausgeglichenem Material äh normales wenn man so will ne Spiel mit Schwarz auf Ausgleich äh anzustreben aber manche spielen es eben auch äh in der Absicht so scharf wie möglich und dann ist das hier ne Idee ne die ich euch ans Herze lege so damit werden wir mit der Variante äh äh durch ja ein bisschen gedauert ähm die weniger aufs Brett kommt ne die äh alljährchen Bauern Variante als äh die beiden äh in den vorher angegangenen in der vierten und fünften Folge vorgestellten Springer und Läufer Variante aber sie kommt eben vor und sie hat ähm mehr Musik als ich am Anfang dachte auch ne ja in diesem Sinne nächste Folge kommt bestimmt und äh viel Spaß mit dem äh äh mit dem Budapester Gambit und jetzt jetzt habt ihr schon genügend Rüstzeug um loszulegen aber ein paar Nebenvarianten die kommen auch noch die stellen wir uns gucken wir uns auch noch zusammen an danke bis hierhin und Tschüsschen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal